Die Downmat Ultralight Winter von der Firma Expat hat schon wirklich beeindruckende Werte. Sie ist unglaublich leicht, hat ein geniales Packmaß und soll mit einem R-Wert von 7,1 bis zu minus 33 Grad Celsius standhalten. Wie und ob das gelingen soll, das schauen wir uns heute im Detail an. Schauen wir uns zuerst die harten Daten an. Zusammengerollt und verpackt kommt die Downmat Winter auf 630 Gramm und auf ein Packmaß von 23 Zentimetern Höhe und 11 Zentimetern Durchmesser. Dabei eingerechnet ist die Isomatte selbst, der Packsack und ein Pumpsack. Wenn man die Matte aufmacht und aufpumpt, kommt sie auf 52 Zentimeter Breite und eine Länge von 1,83. Wer also größer als 1,80 ist oder vielleicht zu viele Weihnachtskekse an den Hüften hat, sollte vielleicht zur LW-Version greifen, obgleich diese natürlich dann etwas schwerer, aber dafür 65 Zentimeter breit ist und 197 Zentimeter lang. Wie kriege ich diese Isomatte vom kleinen Packmaß zum großen Liegeplatz? Naja, vorweg müssen wir gleich einmal klarstellen, dass die Isomatte nicht selbstaufblasend ist. Für den einen oder anderen ist das jetzt vielleicht der unverhandelbare Punkt, weil man sich die Arbeit nicht antun möchte, für den anderen ist das vielleicht noch kein Grund zur Sorge. Expat gibt selbst an, dass man mit dem Medium Pumpsack die Isomatte mit zweimal aufpumpen vollbekommt. Ob das wirklich so ist, das werden wir jetzt einmal austesten. Wobei ich gleich vorweg nehmen muss, dass ich mir bewusst nicht unglaublich viel Mühe geben werde, den Pumpsack randvoll zu füllen. Denn in der typischen Anwendung achtet man da jetzt vielleicht auch nicht so penibel darauf. Bis zum nächsten Mal. Was kommen von der Isomatte in der Praxis erwarten? Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Isomatte robuster ist, als sie aussieht. Mit der Daunentfüllung und der Tatsache, dass es eben eine Luftmatratze mit einigem Druck drinnen ist, war ich zu Beginn schon skeptisch, ob die Matte einem groben Umgang standhalten kann. Aber im Praxistest mit Schlafsack, kratzigem und spitzem Equipment und fast schon einem fahrlässigen Umgang mit dem dementsprechenden Material, kann ich versichern, die hält schon ordentlich was aus. Und genau das ist mir bei einer Isomatte auch wahnsinnig wichtig. Schließlich geht es darum, diese bei Expeditionen im Alpinstil einzusetzen. Und da kann ich nicht eben mal eine Tour abbrechen, eine neue Isomatte kaufen und am nächsten Tag wiederkommen. Nun steht auch noch die Frage im Raum, ob diese Isomatte in dieser Ausführung, beziehungsweise in dieser Größe, überhaupt ausreicht, um bequem zu sein. Kann man sich bewegen? Hat man viel Platz? Ehrlicherweise nein. Viel Platz hat man auf der Matte nicht. Und wenn man von Rückenlage auf Seitenlage wechseln möchte oder eben umgekehrt, dann sollte man das besser tun, ohne wegzurutschen. Denn selbst jemand, der nicht sonderlich stämmig ist wie ich, hat hier nicht viel Spielraum. Bei dem Gewicht und dem Packmaß ist das aber auch eigentlich nur logisch. Kommen wir jetzt zu ihrer Hauptfunktion. Isolieren. Kann sie das überhaupt? Und ob. Wir mussten bezüglich der angegebenen minus 33 Grad ehrlich gesagt passen. Wir sind noch nicht dazu gekommen, einen entsprechenden Ort mit solchen Temperaturen zum Testen zu finden. Doch bei unserem Test, bei etwa minus 4 Grad Bodentemperatur, hatte ich keine Sekunde das Gefühl, dass es kühler wäre, als die Umgebungstemperatur im Zelt. Das bedeutet, dass die Isolationsfunktion zumindest in diesem Umfang definitiv hält, was sie verspricht. Zudem ist sie absolut gemütlich. Man kann die Downmat also durchaus mit der XP9 von der Firma Expat in den Vergleich stellen und sich fragen, ob man doch einiges an zusätzlichem Gewicht in Kauf nehmen möchte für einen relativ geringen Temperaturunterschied bei der XP9. In der gleichen Preiskategorie bleibend ist die XP9 zwar die wärmere Wahl, aber doch nochmal um über 340 Gramm schwerer als die Winter-UL. Mit der XP9 würde man aber lediglich minus 5 Grad kältere Temperaturen erhalten. Somit steht fest, dass bei Temperaturen bis minus 30 Grad die UL Winter definitiv die gewichtseffizientere Wahl ist. Was ebenfalls noch eine Erwähnung wert ist, ist die Möglichkeit, den Pumpsack ebenfalls als wasserdichten Packsack zu verwenden. Somit hat man einen kostenlosen Packsack gleich mit dazu bekommen. Wer den Pumpsack aber nicht als Packsack gebrauchen kann, kann ihn aber trotzdem sinnvoll mit Reservekleidung füllen und ihn praktisch als Polster für die Nacht verwenden. Außerdem liefert Expat netterweise auch gleich ein passendes Repair-Kit mit, das im Fall der Fälle die Wunden in der Isomatte versorgen kann. Bisher habe ich aber nicht das Gefühl, sowas jemals brauchen zu müssen. Preistechnisch orientiert sich diese Matte im absolut hochpreisigen Segment. 220 Euro gilt es für die Matte zu bezahlen. Für eine Matte, die nicht selbstaufblasend ist, ist das schon ein ordentlicher Batzen Geld. Das sollte man definitiv berücksichtigen, wenn man sich diese Isomatte überlegt. Kommen wir aber nun zum Fazit. Wie kann ich diese Downmatte Ultralight Winter denn bewerten? Beim ersten Test und beim ersten Einsatz war ich rundum zufrieden. Ich hatte nichts auszusetzen und immer das Gefühl, gut isoliert zu sein. Durch das geringe Gewicht und das tolle Packmaß für eine solche Wärmeleistung habe ich auch im Rucksack kaum das Gefühl gehabt, dass mich etwas hinten runterziehen würde. Dass man nur zwei Anläufe braucht, um die Matte komplett voll zu pumpen, das halte ich für Laborversuche zwar für richtig, in der Praxis während dem Schneesturm im engen Zelt unter widrigen Bedingungen aber eher für eine Illusion. Man wird schon die ein oder andere Minute brauchen, bis alles soweit ist. Selbstaufblasend bleibt für mich persönlich aber trotzdem ein Luxus, den ich schlichtweg nicht brauche. Somit erfüllt sie den Anspruch dahingehend ausreichend. Was es aber definitiv zu erwähnen gilt, der Preis spricht für sich. So eine Matte kauft man sich nur einmal für sehr lange Zeit. Sollte sie also doch irgendwann technische Schwächen haben oder das ein oder andere Loch entwickeln, wird sie keinen tollen Eindruck hinterlassen. So ein Szenario ist aber bisher definitiv nicht absehbar. Dass dieses Packmaß und diese Isolierung bei gleichzeitig so geringem Gewicht aber für dieses Geld überhaupt zu erstehen ist, hat mich persönlich dann doch gewundert. Somit kriegt die Downmat-URL-Winter von uns 9 von 10 Punkten in der Gesamtwertung. Der eine Punktabzug ist durch die Kombination aus dem satten Preis und das nicht ganz eingehaltene Versprechen der schnellen Aufblasbarkeit entstanden. Wenn euch Isomatten oder Camping-Zubehör im Allgemeinen interessiert, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr uns neue Ideen in den Ring werft, die wir austesten können. Vergesst nicht, wie immer, unseren Kanal zu abonnieren, um stets auf dem Laufenden zu bleiben und keine Inhalte mehr zu verpassen. Schaut auch auf unserer Plattform www.alpenbeacademy.at vorbei, wenn ihr noch mehr spannende Beiträge auch in schriftlicher Form sehen wollt. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine schöne Zeit und Bergheil.